Bist du nahisch, Alter, das ist... Puh... Uh oh... Und haben wir gewonnen? Nein, kommt eh noch Scheiße raus. Aber dafür gehen die schneller mei auch noch. Du Deppert. Das ist ja wie Papierl jetzt auch für mich. Aber dafür machen wir's ja auch. Na ja, wie Papierl. Okay, Iceman. Den kann ich mal schwer besiegen. Aber immerhin den kann ich. Den kann ich auch locker. Der ist auch kein Problem. Aber der Ice-Typ... Ice-Ice-Baby, würd ich mal sagen. Oh, du brauchst schon ein bisschen sehr lang. So nahisch. Oh, hehehe. Hier wird nicht gekuschelt. Aber... Hier wird nicht gekuschelt. Oh, wenn wir da gleich mal was anderes aus... Da geht's wieder. Ich glaub, es ist ja auch wieder 36 mit mehr Schaden. Oder ich glaub gar nicht mehr so viel Unterschied. Ich glaub da hier... Ich glaub da ist gar nicht mehr so viel Unterschied, wie wir jetzt glauben. Da muss ich auch das Geld wieder reinbringen. Hihi. Jetzt bin ich aber... Oh, oh, oh. Okay, rückzeug, rückzeug. Alter. Wie viel kann dieses Scheiß-Maschine fressen, alter. Die Maschine kann... Du Deppert, alter. Ich hab mir vor, dass wir da wenigstens was ankommen können, alter. Wenn wir dann etwas anderes hätten, alter. Oh nein. Barsch wie ein Mann dann. He. Ich bin schon längst gekommen, Hoverer. Aber das macht immer einen ganz großen Unterschied. Jetzt sind wir sogar zwei davon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zwei von denen sogar. Das ist ganz Arsch. Das ist ganz Arsch. Zwei von einer. Von der gleichen Sorte auch noch. Hm, super. Genau in einem richtigen Moment erwischt. Aber genau im richtigen. Könnte sie vielleicht nicht einmal anieren. Ausgehen. Häng, häng. Passt. Zerkopf. Zerkopf. Und tschüss. Uuuuh. Das wäre jetzt eine knappe Geschichte gewesen. Der hätte mich mehr gemacht. Ähm, ja, ich weiß eh schon. Ich darf nicht hinschauen. In 26 Sekunden haben wir auch noch. Bis einmal unser Hauptschädter herkommen wird. Ist auch nicht so gut. Lauf, Forest. Lauf. Ich will mal sagen. Eine nur noch einmal größer. Ah, perfekt. Gute Waffen. Ist doch narrisch. Hmmmm. Wow. Da würde ich nicht nachsagen. Das heißt, ich. Sind zwar 50 Schuss, aber... Wieso nicht? Ah, okay. Das war eh klar. Dass da mal für die nächste Zeit nichts besseres kommt. Und? Was sagst du denn jetzt? Ah, jetzt haben wir es groß. Vielleicht sogar der beste Spieler, den das Casino je gesehen hat. Danke. Danke. Jetzt müsste ich mich geschlagen geben. Ist nicht leicht, das auszusprechen, aber... Ich erhöhe! Diesmal setze ich mein Leben! Alles oder nichts! Mann. Oh, ey. Da geht cool. Ist ja wirklich komplett lost. Die Alte. Ist ja wirklich komplett mehr. Der Tod ist eine natürliche Sache. Aber deiner war aufregend. Wenn du das hier hörst, denkst du vielleicht, du hättest gewonnen. Noch nicht! Ich erhöhe nämlich um meine Seele! Du glaubst, es sei eine Herausforderung, einen Fallspieler zu töten? Ha! Tja, versuch's mal mit einem Heim! Ja! Tja, versuch's mal mit einem Heim! Die Wette gewinnst du nie! Double Down Domino verliert niemals! Tief in den Müllgruben haust eine legendäre Kreatur, die von den einheimischen Haifisch genannt wird. Vielleicht gewinnst du ja doch noch! Euer Scheiß, Ernst. Euer Scheiß, wo fickt ihr Ernst? Es kommt noch was dazu? Was soll denn da überhaupt das Viech sei? Euer... Ich... Ich spawn einfach mal hier. Das ist ja ein richtiger Road Trip da! Bist du deppert? Nur wegen der fucking Mission! Ein richtiger Road Trip! Bist deppert! Nicht schlecht! Ha! Wir gehen nicht schlecht! Richtiger Road Trip! Wahnsinn, Alter! Also das die Mission so ein großer Ausmaß annimmt, Alter! Puh! Könnt schon ein halber der Story sei! Wenigstens ein bissel mehr Content! Haben wir eh schon gedacht, Alter! Das soll jetzt ein Prostreist sein! Dass die ein bissel Quack wahrtut! Also das ist ja jetzt nur das... Oh ja! Da muss aber schon was Gutes da herkommen! In der ungezähmten Wildnis um Trashlantis! Viel Glück! Also da verlang ich jetzt aber schon was episches meiner Meinung nach! Da verlang ich jetzt wirklich entweder urviel Punkte, urviel XP oder irgendwas in der anderen Richtung! Irgendwas episches! Aber hey! Wir haben da ne Mission! Aber trotzdem! Urviel Arsch! Auch neues Gebiet! Perfekt! Ah, da werden... Joa, da sind ja Mission die nächsten! Wih! Ja, da ist aber... Da ist aber schnell mehr gegangen! WTF! Also gegen normale Gegner... Oh! Da schau dir das an! Schau dir das an! Das sind normale Gegner, die... Das ist... Wie Papierl! Haha! Die gehen einfach nur mal hier! Einfach los! Wollt ihr mal nachladen, oder? Schau dir das an, Alter! Was ist da raus? Haben wir heimlich gelevelt, oder was? Auf Level hoch! 100? Oder das sind ja... Na, die sind sicher einfach so... Wirklich einfach voll! Das gibt's ja nicht! Erst recht, wenn man mal... Beim Nahkampf... Dann mal auch plötzlich so stark... Komisch! Ja, die sind mit Absicht... Das ist mit Absicht! Und was haben wir da schickes? Ja, das geht! Das geht! Lass dich von der Jagd mitreißen! Ha! Wie ist er mittendrin, Hauerer? Wie ist er mittendrin? Äh... Ich glaube, wir haben ein paar aufgeweckt! Ja, ist natürlich mit Absicht! Ist fix mit Absicht! Ja, und das kann ich's nur nicht vorstellen, dass die so einfach sind... Plötzlich! Ja, man weißt, wie viele Punkte wir kriegen! Pro Ding fast ein Tausender! Okay, doch, 400! Schade! Ein bisschen zu früh gefällt! Ein bisschen nur! Die Musik finde ich aber auch interessant! Ist aber relativ laut! Und da war's! Eine laute Musik! Ah! Ist schon wieder vorbei! Na, Moin! Jetzt werden wir sowieso gleich auf den Hai treffen! Die machen wir gleich fertig! Und ein paar kleine! Wer will, wer mag, wer hat noch nicht! Oh ja, so mag ich das! Ich bleib einfach da, weil ich die ganze Zeit da stehe und ihr kommt einfach zu mir! So mag ich das am liebsten! Und dann sammle ich einfach den restlichen Scheiß einfach ein! 16.000? Nicht schlecht! Also, man weiß, es geht definitiv höher! Definitiv höher! Oh, servus! Du bist ein Hai! Okay! Wir haben definitiv was anderes erwartet! Mit Hai! Nette! Nette Fähigkeit! Und jetzt muss ich dir vorstellen! Wenn man dann noch mal Elementar-Kräfte café kommt! BISTEN STEPPAT! Hat dieser Hai-Fisch ein Eck auffallen lässt? Bitte sag ich! Bitte sag ich jetzt! Es geht doch weiter! Bitte nicht! Sag bitte jetzt auch! Jo, ich bring dich jetzt zu meinen Schatz etc! Was willst du denn jetzt noch wetten?! Wenn du das hier hörst, bin ich tot! Und der Haifisch ebenso. Na schön. Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Und scheiß auf dich. Tja, du hast die Wette gewonnen. Die Seele von Double Down Domino gehört jetzt dir. Was auch immer das bedeuten mag. Ich bin stärker und schädlicher. Und was kann ich jetzt damit machen? Ui. Ach so, da warten wir jetzt aber. Aber ich schau mir das jetzt mal ganz kurz an. Haben wir was besseres gekriegt? Das ist jetzt eine gute Frage. Oh. Oh. Aber 1700. Ladegeschwindigkeit. Ladeverzögerung. Schon geil. 1000 Achte. Also 18.000. Bisschen tut teppert. Kann's. Kann's. Ich würde sagen, let's go zur nächsten Mission. Ja, aber die Mission hat's keiner. Aber. Sie hat wusste, wann das Ende ist. Sie hat wusste, wann die Grenze ist. Immerhin. Endlich. Ich heiße Joy und bin ein guter Junge. Ich bin nicht wie die anderen Killbots, die man hier so sieht. Die Leute sagen, ich habe ein Herz aus Gold. Und kann niemand weh tun. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte reiß mir nicht das Herz raus. Bitte reiß mir nicht das Herz raus. Ich werde dir nichts tun, Botbruder. Also das ist eine Erleichterung. Alles, was ich mein Leben lang schon wollte, ist ein Picknick mit einem Freund. Kannst du mir helfen? Oh, aber. Ich bin nicht so einer wie die One-Head-Stand-Bots. Geil. Nicht schlecht. Der war gut. Der war sehr gut. Oh. Bitte, um uns einer explodiert. Nie gut, nie gut. Aber wenn wir wenigstens den Meier gemacht haben, dann kriegen wir wenigstens... Oder nicht? Nee, was war das jetzt schon einer? Okay. Okay, passt. Kriegen wir vielleicht irgendwas Gutes vielleicht. Aber den müssen wir mal besiegt haben. Schau, wie viel der Freest da. Das ist ja nicht normal. Hat das Magazin? Sogar mehr. Ah, nein, einmal. Immerhin. War schon sehr knapp. Mach mal den da. Uff, so gefällt mir das gleich mal viel besser mit der Granate. So gefällt mir das. Noch besser würde es mir gefallen mit einem Wächterrand. Hihi. In die Fresse, Bitch. So. Und was haben wir da schön? Ah, pfui. Aber mitnehmen. Aber pfui. Du, gib mir mal den Spatz ab. Ah. Natürlich hätte ich mich jetzt wirklich ganz kurz wirklich gefreut gehabt. Und dann habe ich gesehen gehabt. Ah ja, voll. Wir haben ja schon Sturme. Einmal, zweimal. Dreimal. Im Endeffekt ist nicht wurscht, was wir nehmen. Oder nicht mehr wieder Gesamtschaden. Hm. Ja, wieso nicht? Wieso nicht nehmen wir das? Ich überlege, ob ich eh wieder auch zu Ehrenwechsel. Aber irgendwie. Muss nett sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Maximale Gesundheit. Fix. Fix. Safe. Safe. Maximale Gesundheit ist einmal safe. Weil das rettet. Der Scheiß rettet. Huuu. Das wäre jetzt lustig gewesen, wenn sich das ausgegangen wäre. Ich mache es eh so schwarzschne einfach teilweise. Aber dafür habe ich was anderes gesehen. Mein Scheiß, die wandern. Machen wir nicht auf da. Und? Ich spreche gar nicht. Schade. Schade. Wirklich schade. Ich bin schon wieder runtergefallen. Oh, das ist wunderschön. Das will für Stimmungsorgen. Ich bin so aufgeregt. Du bist ja nicht so ein Bot. Du bist ja der Bot. Du musst es ja natürlich romantisch und alles drum und dran. Musst es ja machen. Das ist ja Wahnsinn. Richtiger Romantiker. Da müssen wir natürlich für so einen Ladyboy-Bot. Da müssen wir natürlich schauen, dass der... Das ist doch alles passt. Die Bärmöller. Ich bin nicht mehr gekommen. Was? Verstecken sie einfach. Da trifft du mich ja nicht. So, Moin. Läuft aber. Läuft aber wirklich. Der kümmert sich ja nicht einmal um mich. Ich glaube, ich bin wiederum sehr schnell mehr. Bist du da, Teppert? Die Verwesung steht hier. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal, schau mal, schau mal. Hm, 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 hm. Na, nein, ich mach auch nicht. Okay. Okay. Du Teppert. Schlecht. Nicht schlecht. Ich bin 57, Alter. Ohne Probleme. Okay. Und da, jetzt wollen wir wieder... Ah, weiter einmal. Ui. Ah, wir müssen unbedingt beikaufen. Unbedingt. Sonst will ich das nichts. Arsch. 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 Arsch, 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 Arsch. Oh. Was ist denn mit dem überhaupt? Okay, 22. Das ist noch arschiger als wir alles andere zusammen. Ah, links oder rechts Benetration? Könnt ihr euch jetzt endlich da nochmal entscheiden? Das ist super. Ist super. Machen wir gleich wieder unseren eigenen fertig. Hast ja recht, wenn dann wieder mal so Arsch ist mit 57, der was uns wieder so fickt. Das ist sicher eine gute Idee. Ja, passt. Weiß. Also, ich will nicht unbedingt wissen, wenn du... Okay, das ist nur ein Korb. Okay, passt. Wir können dieses Kommen. Wir haben ja schon drauf gehabt, die Lunchbox. Was? Na? Geh kommen. Das scheiße ernst jetzt. Okay. Ja.